Sooo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall, eben mal wieder ein Spiel mit positiver KD 4 zu 3, naja auch nicht unbedingt der Hammer, aber ich denke mal da, wo ich, dass ich das Spiel sehr stark mit dem Spiel vergleiche mache. Äh, wird bestimmt für mich das Problem sein, dass ich jetzt halt so 120 Kills oder so zu machen, mindestens, oder mehr. Und das ist hier halt einfach nicht der Fall. Hier ist auch Minion Kills. Hä, hä? Und so? Nein. So, wo ist hier der Fettkopf der Schuhe? Was ist so speziell bei diesen Leuten? Trust me, they're on a whole other level. Just watch! Ach, egal. So, die Map kenne ich auch noch aus der Beta. Fand ich die Führerinnen auch. Bis bald. D influences ich dir die Fettkopf,. Ich verstehe. Ich arbeigee,災 ی Ernst! Das ist doch nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Ja, aber ich habe immer noch keinen Knoten hier, kurz sehen. Ich habe auch gekocht. So, geht doch. Hä? Bin ich gut, oder? Ach egal, ich will jetzt hier irgendeinen Pilot finden. Bin ich dann auch geklickt, die wird gut. Das wollen wir mal jetzt verstehen. Ja! Wunderbar! 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 Jawoll! Finde ich echt geil! Das gibt's doch nicht! Glaube ich hier so komische Wege, dass ich hier gar nicht mehr freie und freie und freie. So, endlich mal. Alter! So, endlich mal. Alter! So! 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 Ich bin David, ich bin David. Auto-Type engaging. Oh. AI offline. Pilot mode engaged. Nein! Wir sind wirklich gut, Keith. Wir sind ein Verzugs von der IFC. Wir haben keine Chance. Oh, man. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Die Luftdruck kommen. Ja, wir werden auch ein Zeug. Wie kam das? BAM! Und tschüss. Ich habe den Damage-Storen ein bisschen nicht verständigt. Aber ... ... es ist nicht warm. Jawohl, ich hab den Kugel gemacht, aber... Ich hab den Kugel... Die Grunts sind schon in der Kugel, die sind so, ehrlich, dämlich... Ehrlich, der ist schon da oben, ich weiß nicht, aber... ISP-Drop Kills und Rhyme. Geh es raus, bevor es weg geht. Man findet halt nicht so viele. 7500 durch Challenges, nicht schlecht. Und Level 15 erreicht. Das Visier und das Visier, alles klar. Und Challenges auch da, ordentlich was geschafft. 25 Titans, ja. Und ja, die Waffe halt noch ein bisschen benutzen. Kein Ding. So, was haben wir hier? Uh, okay. Zerstörerische Dings. Snipergewehr, muss ich mal gucken, snipen. Was haben wir hier? Most Wanted List. Uh. Geil, das hab ich jetzt für, ähm... Einmal Komplett Double XP, dann, ähm, für Dingskills, Specters, für Grunts. Ah, und das ist einfach nochmal sowas bekommen. Ja, cool. Ähm, ich denke, ich werde gleich mal hier Fast Learner einfach mal rausknallen, weil ich's kann. Ich weiß noch nicht, wie das genau geht, aber... Ähm, das krieg ich, denke ich, mal irgendwie schon hin. Ich bleib aber erstmal noch bei den normalen Ironside. Und, äh, dann wende ich hier kurz die Folge und starte dann direkt neu. Bis gleich.